So, hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ich bin zurück mit dem Format eine Stunde lang und ihr seht es schon im Hintergrund, dieses Mal habe ich zum Start von der Blu-Ray, also vom Erscheinen der Blu-Ray von Bumblebee, einem der besten Transformers Filme, habe ich mir gedacht, zeige ich euch mal, dass es hier ist, das beste Transformers Spiel, das es gibt auf PS3 oder auf PS4, nämlich Transformers Untergang von Cybertron. Ich habe schon ein paar Videos zum Spiel gemacht, aber storytechnisch habe ich noch nicht viel vom Spiel gezeigt und deswegen dachte ich mir, ich zeige euch hier definitiv mal, ja, die erste Stunde zum Spiel, wie ihr es von mir schon kennt und ich bin ein riesen Transformers Fan, ich weiß, es gibt Leute, die mögen das nicht so, ich liebe es und finde es cool und ich kenne auch viele Freunde von mir, die auch Transformers Fan sind und es ziemlich cool finden. Und jetzt ist Bumblebee auf Blu-Ray rausgekommen und natürlich habe ich den Film ja auch geholt und dann habe ich wieder richtig Bock auf Transformers bekommen und habe mir dann gedacht, hey, ich habe noch kein Video dazu gemacht, zumindest nicht zu der Story, dann habe ich mir gedacht, komm, ich zeige euch mal die erste Stunde vom Spiel und dann seht ihr noch ein bisschen mehr vom Game außer den Multiplayer oder den Koop-Modus, den ich ja schon gezeigt habe, in verschiedenen Livestreams und ich habe ja auch verschiedene Videos zum Spiel gemacht. Ich werde euch auch die Playlist zum Spiel dann mal verlinken, da könnt ihr dann mal reinschauen und euch noch mehr zum Spiel anschauen. Ihr seht hier, es gibt einmal den Koop-Modus, Escalation und einmal den Mehrspieler-Modus. Das coole am Mehrspieler-Modus ist, dass ihr euren eigenen Charakter erstellen könnt und, ja, eigenen Transformers machen könnt, so wie ihr wollt. Es gibt vier verschiedene Klassen und wir werden uns jetzt die Kampagne anschauen und die startet eigentlich auch da, wo der Film Bumblebee am Anfang startet. Also richtig, richtig cool. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Transformers Untergang von Cybertron, dem besten Transformers Spiel, das es auf Konsole gibt. Viel Spaß. We have no choice, Bumblebee. War is lost. Leaving our home is the hardest decision I've ever had to make. It has been a long, painful war with the Decepticons. Whatever lies beyond that portal is our best and last hope, my friend. We're approaching the portal. That indicates it's growing more unstable. At this rate, it may close before we even get there. Megatron. Direktar, fire on those toll cables. All hands to combat. Bumblebee, you with me? Optimus, he's coming around. Bag the maker. He's been through worse. Voice chip is still crushed. Nothing new there. Base Energon levels are almost normal. Overshields are charging up. I need to test your retinal scanners. Follow the light. That's it. Armed target. Looking good. How are your optics? Power... Arms out! Weapons to the deck! Don't fire! I'm a medic. Slap a muffler on! Take them out, Bumblebee! That's my optics! Agh! Here, grab this ammo clip. More Decepticons are trying to... You can see me... You will see me in the middle of a bit. More. You will see me in the middle of a bit. Don't forget to reload. Decepticons are boarding a ship! Defend the bridge! Wir haben Autobots! Das zeigt ihn! Megatron won't give up that easily. Telatran, full damage analysis on all decks. Firewolf reach, unauthorized access. Your precious Ark will never reach that port, Optimus. Shield failure, Unserver thruster. I will tear your ship apart, piece by piece! Optimus! Decepticons are swarming the engine deck! I'm on my way. Bumblebee, stay and cover the bridge. Teletran system failure. No! The entire defense network is down. Without the pulse cannons, Optimus won't stand a chance. You'll have to reboot the system manually. Take this fuse from Teletran. It should reactivate the service lift. Good luck, Bumblebee. This way, Bumblebee! We'll take point! You all right? Can you make it over? Hurry! I'll hold it open for you! Bumblebee, I've patched into your optics. The service lift is just ahead. We've got to get out of here! No! 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 skills are given by gravity. Gravity reestablished. Megatron will pay for that. They're ripping the arc apart. You'll have to dash in mid-air to get across. Shield failure. Energon capacity depleting. Turbine starvation at 64%. Bumblebee, replace the fuse, and the lift should reactivate. It's too close quarters to fire your wings! Sie müssen durch die Aufmerksamkeit durchführen. Service live online! Nice work, Bumblebee! Let's move Decepticons! Bumblebee ist weg! Bumblebee ist weg! Bumblebee, Sie sind fast in die Tauern. Hurry, Optimus is losing ground. Those flames will bubble your paint if you don't haul acids. Sprint through! That Energon will call your chassis. In here, Bumblebee! I could use a hand! Decepticons! Dropping in from above! Change your shooting hand for better aim and cover! Good hit! Good effect on target! That's it! Put him down! Put him down! I'll hold the line! The defense mainframe is just through that door! Easy now! Your pulse rifle could melt that whole panel. Then you could rush him from there. You did it! Pulse shooters! Engine deck! Cover and pile! Tactical readout is online. Help, I can dislocate Optimus. There! He's taking Megatron! Head on! There! He's taking Megatron! Head on! No! No! Bumblebee, are you there? Optimus needs your help. That ball must have charged your Alternator back into gear. Change form and rollout! Bumblebee Bumblebee, geh in den Nitro-Boost! Bumblebee, du bist aus der Straße. Du musst es schlafen. Check your fire! Over here. I just said you were coming. Open up. Wir haben Bumblebee. Beg Prime is the defense greatest backup. You pull that off? Nice. Didn't stand a chance without it. Yeah? What do you think the odds are now? Over here, Bumblebee. Fresh supplies! Now you're ready to blast some cons straight back to Cybertron. Through here, Bumblebee. You want to be tip of the spear? We're right behind you. Let's go, let's go, let's go! Move out, move out! Target left! On left! Target right! Up hit! Stop down! Push forward! Head to the smoke! Centrifugal separator critical. Engine failure at 89%. Push forward! Move that arch! Down here somewhere! Holy crap! Could you see us? The whole engine deck is coming apart! Keep pushing! Optimus needs us! Up here. Up through your wedge. Air 1-8 to ground. That last blast took a toll on Optimus. You want to help? The time is now. We're almost through! Autobots, listen up. Bumblebee's gonna punch through. Give him some other fire. Now! Superfic fire! He made it! He's through! I can't see anything. But my scanners say Optimus should be right on top of you. This ought to do the job. Even if you destroy the Megatron, others will rise to defeat your tyranny. Then I'll just have to destroy you all! Bumblebee! Cybertron, the home world we Autobots have strived to protect from the Decepticons, can no longer sustain us. Eons of civil war have caused the greatest of casualties. Our planet's very core has shut down, halting its production of life-giving energon. Most of us have abandoned our home in hopes of finding a new life among the stars. I am Optimus Prime, leader of the Autobots. We do not know how many of our brothers escaped Megatron's blockade. I can only be certain of this. Just one transport remains. Ironhide to Optimus Prime. The last of the energon reserves have been transferred to the Ark. Engines are online. All systems go. Nice work, Ironhide. Perceptor, how goes the city shutdown procedures? Nearly finished, Optimus. My team will have all systems powered off and archived by the time we launch. Good. I'll send the boarding call out momentarily. But first... Optimus, Decepticons have broken through sectors 9 through 12. That was Grimlock's post. More Decepticon squadrons approaching for the north and west. Optimus, this is Ratchet. Decepticons have invaded the city. We need you at the fortress to help coordinate defenses. We're on our way, Ratchet. Grimlock, do you read me? Grimlock. No answer. Grimlock. Warp cannons. Megatron isn't holding back anything this time. It's targeting the Ark. Optimus, die Brücke ist weg. Keep going, Jetfire. Ich finde einen anderen Weg. Decepticon Warp Cannon! Optimus, hier! Ratchet, ich habe eine Route durch die Iacon Ruins. Ich bin für die Auxilie Entrennung. Auf der Seite! Decepticon Dropship! Ratchet, ich bin auf der Seite Entrennung. Ratchet, ich bin auf der Seite Entrennung. Ich bin in der Seite. Ratchet, ich bin auf der Seite Entrennung. Ich bin in der Armour. Wir tun. Eine Sache ist sicherlich. Megatron's Zeit ist wie immer als immer. Why didn't Grimlock warn us? Bolt! Scanning Identity. Identity confirmed. Enter Optimus Prime. Look! It's Optimus Prime! That Prime's security is still on mine. Optimus! We tried our best! Without Grimlock! Megatron rolled right over us! Easy, soldier. Thank you, Bumblebee. I think I got it! Try it now! Power's still not stable! Do it over! The power is failing again! Optimus, I need your help! Ratchet, how can I help? Silverbolt's leaked to Martinoton. We need to stabilize his power. Grab that cable! Now, plug it into his power supply. We blew a regulator! We need that power online! Power's back! Well met, Ratchet. Thank the finest. I'll handle the rest, Optimus. I'm sure you'll need it elsewhere. Easy. Save your strength. I'm leaking over here! Hello? Look out! Hold on, soldier! I'll get you out of it! Everything okay? We've got this covered, Jazz. Grimlock left his post. I need you to find him. On my way! Optimus? Optimus? He's looking for Grimlock. Warpath, give me a status update. Receptor and a bunch of tech jets are trapped inside the nerve center at the south gate. I'm gathering a rescue team. Count me in. Take cover! Warpath wants to know if you're ready, sir. You might want to gear up at the Teletran terminal. They... They're gone. There's nothing we can do for them. Keep working. The Last Drive. This is an honor. Don't leave the last route! Don't leave the last route! Autobots! We are about to enter a target rich and violent. You want the honors, Optimus? It's your show, Warpath. Listen up, we got cons right outside this door. When the door opens, we go out hard. You will engage the enemy with guns blazing and gears grinding. Yes, sir. Hit on three, two, one. Go, go, go! Keep attack formation. This way, Optimus. Let's move around and flank these cons. What are you guns waiting for? Final Prime, I'm going to turn you inside out. We will not be defeated. Those cons are trying to break into the nerve center. Keep pushing forward. Clear. 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 Warpath, meet me at the door to the nerve center. This dead pack is still alive. We need to remove it. Carefully. You saying I'm not careful? Optimus, scout support of Decepticon dropship is coming in hot. Looks like that dead pack will have to wait. Looks like that dead pack will have to wait. Autobots, take defensive positions. Optimus, you want dipped on that gun turret? I'm on it. I'm on it. I like the perspective this offers. Decepticon dropship. We must protect this door at all costs. Stand your ground. Stand your ground. We should never have challenged us. Decepticons Die Autobots werden mit dem Nerve-Center geschehen. Hey, 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 hey! Das ist die letzte von ihnen. Gut, Gano-Bots. Jetzt, wir gehen mit dem Jetpack. Okay, Warpath. Auf drei. Ein, zwei, drei. Warpath, secure das Gebäude. Dann machen wir zum Ork. Protect es an alle Kosten. Optimus? Der Sektor ist für dich, Herr. Wo ist er jetzt? At der Central Hub. Er hat sich rewirkiert. Optimus. Perseptor. Ich bin bei der Termin. Ich bin bei der Termin. Ich bin bei der Nerve Center. Ich bin bei der Nerve Center. Ich bin bei der Nerve Center. Wir haben jetzt wieder ein Nerve Center. Ich bin bei der Nerve Center. Ich bin bei der Nerve Center. Ich bin bei der Nerve Center. Ich bin von der Nerve Center. Ich weiß nicht, was wir bei dem. Ich weiß nicht, was an den Schlag angle aufsteht. Ich bin bei der Nerve Center. Ja, das muss es sein. Hier sind sie. Ich habe die Artillerie in diesem Komplex gelegt, um zu repel den Megatron's attack. Ich habe versucht, diese Artillerie zu bekommen, aber sie sind ziemlich alt, und... Wir haben nicht genug Energon. Alles, was wir haben, ist spüren die Ark. Kannst du uns auf jeden von diesen Endstill-Lauf? Es ist wertvoll. Wir müssen automatisch re-Direkt die Power zur Artillerie. Oh mein Gott, ich kann es nicht von hier machen. Optimus, wir haben Cards geschlossen! Stay online, Preceptor, und guide mich in der ersten Artillerie. Roger das, Prime. Das wird die Krieg geholfen. Rockets! Return fire! Quick! We are coming! We hate me! Sewer trucker! All clear! Seil die Tür hinter mir! Alles klar, Optimus. Für die erste Artillerie-Unit, musst du durch die Enginhe-Room gehen. Das ist dort, wo wir die Arx-Boosters installiert haben. Ich erinnere mich. Deine Worte sollte sich ziemlich klar sein. All diese Maschinerie wird nun geblieben. Alles, was jetzt geblieben ist, ist die Stadt's eigene Fondation. Geblieben! Sie werden überrascht! Sie werden überrascht! Es ist Optimus! Die Schmerzen sind jetzt in der Zeit! Alert! Alert! Du kannst du nicht aufhören! Sie sind Angst, dass sie sich in der Gesichter kämpft? Sie sind nicht aufhören! Sie sind in der Lage, die Freiheit zu leben! Sie sind in der Lage, die Freiheit zu leben! What a waste of other guns Where'd he go? He's around here somewhere Stay with me, Autobots! There's gonna be no one to you but a crayer! Keep the pressure on! I'm looking for the closest control room. I think it's this way. For readings, Orion Pax, er, Optimus Prime! Long live the Last Prime! So, die ersten 30 Minuten vom Spiel sind um und ich bin wieder zurück. Ja, ihr habt schon gesehen, der Anfang vom Spiel ist richtig cool. Natürlich auch ein riesengroßer Krieg am Toben auf Cybertron. Und das Coole am Spiel ist auch, dass man in verschiedene Charaktere spielt oder besser gesagt vier verschiedene Charaktere dann auch in der Story spielen kann von der guten Seite. Aber man kann auch im Spiel die böse Seite spielen, um eben beide Seiten zu sehen und die Motivation der einzelnen Charaktere zu sehen, wie und warum reagieren sie so und so und warum tun sie das, was sie tun im Spiel. Das finde ich richtig cool, dass man eben auch beide Seiten sieht und nicht nur die eine Seite, sondern man sieht beide Seiten und hat dann die Möglichkeit zu sehen, warum die andere Seite, also die böse Seite, die Decepticons, die Dinge tun, die sie eben tun im Spiel. Und ihr habt auch gesehen, man kriegt im Spiel dann immer wieder verschiedene Waffen, man kann auch verschiedene Geschütze dann später nehmen und man hat die freie Möglichkeit, in dem Teletran Waffenmodul sich dann aufzusuchen, welche Waffe man mitnimmt. Man kann die Waffen auch upgraden mit den Punkten, die ihr hier seht, die gelben Punkte, damit kann man die Waffen upgraden und dann kann man eben Upgrades drauf machen, dass die Waffe schneller nachlädt oder mehr Schaden macht und so weiter. Das ist richtig cool, ihr habt immer eine Primär- und eine Sekundärwaffe und das ist wirklich ziemlich cool gelöst, auch die Fahrzeuganimation und die Transformation sieht cool aus, die Grafik ist nice und ja, ist auf jeden Fall sehr cool und wir werden jetzt sehen, wie es weitergeht und dann hört ihr mich später wieder im Video. Bis dann und viel Spaß weiterhin. Bis dann! 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 Ich nylon! Optimus, bist du okay? Optimus, run! In der Bistur bin ich! Was ist du okay? Thanks, Optimus. Thought I was a goner. Optimus, bist du okay? I'm fine, Preceptor. But... Incoming! And your circuits are jaded. Optimus, according to my schematics, you should be near the artillery controls. I see them, but how do I get there? There might be an ion vent nearby that could give you a boost. I'll need a Moleculon fuse to activate this console. I see them, get all right. Oh! I see you, B bene. Uw... Okay. My luck is fighting. Undyout to work, Verse Ver Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Let's finish this. Grenade! Finko! Clear. Clear! Optimus, this is Ironhide. The Ark is getting shelled pretty bad by those warp cannons. Shields are holding for now, but it's just a matter of time. Help is on the way, Ironhide. You can activate more defensive weapons. Move back through the engine room. I found a neutron gun near the flight deck. On my way. Forward, Autobots. Artillery, all the line. Now that the Anajon is flowing again, you should be able to open a direct route to the flight deck. Of course, I don't need to remind you that the more Anajon we spend on these guns, the less there is for the Ark. We'll have to find a way to launch the Ark when this is over. Perceptor, are you controlling this room remotely? No. What do you mean? The room is shifting. I am noticing a strange power surge in your area. Could be related to the Anajon you redirected. Oh, shit. Oh, shit. I'm clearing the main door that leads to the flight deck. So, wir sind wieder ein Stückchen weiter gekommen und ihr habt gesehen, wir mussten mit Optimus Prime einige Gegner besiegen. Wir haben auch dann die Möglichkeit gehabt, Luftschläge zu machen. Und das ist wirklich unfassbar abwechslungsreich gestaltet in dem Spiel. Vor allem jedes Mal, wenn man andere Charaktere spielt im Spiel, ob jetzt bei den Autobots oder den Decepticons, dann hat man immer wieder andere Gameplay-Elemente, die dann dazukommen. Und die verschiedenen Transformer können dann auch verschiedene andere Sachen. Also, mit Optimus Prime habt ihr dann ja andere Waffen im Fahrzeug zum Beispiel, wie wenn ihr Chaz spielt oder Bumblebee. Und das ändert sich dann im Laufe des Spiels immer mehr, dass man dann abwechslungsreiche Missionsabschnitte hat. Es gibt dann auch Missionsabschnitte, wo man zum Beispiel schleichen kann oder zumindest ein bisschen. Und dazu dienen dann wieder Charaktere, die man eben aus den verschiedenen Autobots dann hat. Oder bei den Decepticons, wenn man spielt, hat man dann auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Es gibt dann manche Insekten-Transformer, die dann wie Helikopter aussehen, wenn man sich transformiert. Und manche dann wie ein Jet, wie zum Beispiel bei Starscream. Und das ist wirklich richtig cool gemacht. Auch die Geschichte ist toll erzählt. Weil die Sprecher beim Spiel sind die Originalsprecher, auch aus dem Kinofilm. Die englischen Stimmen. Und das ist richtig cool. Also, das wirkt alles sehr authentisch und einfach super gemacht. Und die Action ist auch richtig nice. Die Steuerung ist sehr gut gemacht. Und wir werden uns jetzt weiter anschauen, was in dem weiteren Verlauf des Spiels passiert. Und dann hört ihr mich am Ende des Videos nochmal. Ich wünsche euch jetzt weiterhin viel Spaß beim Spiel. Und ich hoffe, es gefällt euch. Und du bist so. Und dann wird es gut gefallen. der combatrag ist leer. Die Sprecher ist ausgeendet. Die Sprecher rastetig, dann wird es gescheitert. Die Sprecher rastetig, es gibt es nach dem Passagieren. Die Sprecher rastetig. Und dann wird esmüиков, was das war denn? Das funktioniert. Die Sprecher rastetig. Help us! We need back-up! Aaaaaah! Shoot him! Aaaaaah! Anybody! If anyone can hear me, Starscream is... Aaaaaah! If anyone can hear me, feel free to listen in as I execute your friends. Starscream. No! No! Aaaaaah! Good fortune. Optimus, it's an ambush. Don't expect any mercy, Autobot. I wasn't offering any. We shall let them go, Shatterstuck! First! Aaaaaah! 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 Nooo... Optimus! What's going on? I couldn't save them. Remember the Ark. If we don't protect it, there's no future for any of us. Of course, Perceptor. You're right. I'm heading to the Neutron gun now. Perceptor, I can see the Ark just ahead. Thank the Matrix. It's still standing. Be careful approaching the Neutron gun controls, Optimus. Decepticon troops have overrun the area. Roger that. You still have control- Operating my systems can help you. ...control over the city's artillery. A strike should help clear the way. Artillery. Or mine. Megatron, we have established a perimeter around the Neutron gun controls. Defend it at all costs! Yes, Lord Megatron, but- Without those defenses, the Autobots will be powerless to stop us from taking the Ark. And its supply of Energon. Yes, but- I want the Ark! No excuses! Yes, Lord Megatron! What was that noise? Impressive, Optimus. Save the praise for when we get out of this. The Autobots are flying! Do you even understand the guns for rocket engineering? You must hurry to the Neutron gun controls. Ich bin auf, Preceptor. Das ist hier, Lektor. Lobot, alert! Optimismus! Ich bin mehr Decepticons auf den anderen Wegweg. Optimismus! A Decepticon dropship is inbound! Optimismus! Use an artillery strike on that dropship! NOOOOOO! Ich bin noch nicht. 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 Optimismus! Ein Decepticon dropship ist inbound! NICHT Im Decepticon. Optimismus, use an artillery strike on that dropship! NICHT 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 Ich weiß nicht, wie das! Megatron! Perseptor, ich habe die Neutron-Gun-Controllen gefunden. Ich glaube, der scientifische Term für das ist Palveri. Du hast es geschafft, Prime. Die Neutron-Gun ist aktiviert. Die Systeme nicht reagieren, Optimus. Du musst es auf die Anwendung. Ich werde die Anwendung zur Anwendung. Artillerie, offline. Optimus! Das ist Ironhide! Mein Team und ich sind in der Arx-Führungstation. Patience, Ironhide. Diese Systeme sind ausgeliefertigte für Tausende Jahre. Wir brauchen die Details. Wir erzählen uns, wie wir es tun haben. Ironhide ist richtig, Recepter. Wir haben nicht viel Zeit. Ja, ja. Bleib auf, Optimus. Du solltest die Magdron-Gun-Controllen sehen. Optimus! Der Deceptikon-Ris schaffst. Und die Steckte! Du solltest die verraten! Ironhide, ich habe deine Rage. Optimus, ich habe keine Feuerwehr, um diese Tanks zu verhindern. Und du bist glücklich, ich bin. Optimus, ich habe noch mehr Tanks zu verhindern. Not für lange. Optimus, wir sind überrascht. Fokus auf diese Tanks. Das Neutron-Gun ist nicht funktioniert. Das ist nicht? Was? Du bist aus dem Anagern, Optimus. Wir müssen noch mehr finden, Perceptor. Ich bin zurück zu dir. Optimus, meine Schmerzungen nur spiken, was ist passiert. Die Tür ist geschlossen, auf sich selbst. Wo bist du? Das Bereich ist nicht in den Schematik. Optimus, du bist geschlossen. Optimus! Wer bist du, ich kann dich fühlen, dass du durch die Matrix fühlen kannst. Ich versuche dich. Nein, ich versuche dich. Untertitelung dauerstunden. Geht! Untertitelung des ZDF, 2020 Metroplex heeds the call of the Last Prime Optimus, what just happened? Easy, Perceptor, he's one of us Awaiting your orders Metroplex, you must destroy the Decepticon Warp Cannons on the outskirts of the city You can hurry Optimus, the arc's about to come apart Let's roll out Optimus, there are three Wolf Cannons shell in the arc I'm uploading the coordinates to you now Metroplex, head for the ruins of Iacon I'll do my best to keep up On my way So, now we're already almost at the end of the hour And I'm going to let you know the rest of the minutes after my comment You can see it again And yeah, I find the game really really cool Ihr habt es ja gerade gesehen Wir haben dann noch einen sehr großen Transformer getroffen Der uns unterstützt im Kampf Und den wir auch teilweise steuern konnten Und ich finde das Spiel wirklich richtig richtig gut Wenn man Transformers Fan ist, dann ist Untergang von Cybertron wirklich eins der besten Spiele, die man auf PS4 sich holen kann, weil es ja es einfach richtig gut gemacht und sieht auch cool aus Man hat dazu noch einen Koop Modus, einen Multiplayer Modus und richtig richtig viel zu tun Man kann nicht nur im Multiplayer Modus leveln, man kann seine eigenen Transformers erstellen mit Stimme, mit Aussehen und mit der Farbe Und das habe ich auch in verschiedenen Videos schon gezeigt Die Playlist dazu werde ich euch am Ende des Videos dann verlinken Dort könnt ihr mal reinschauen, da könnt ihr euch noch einen Blick auf den Multiplayer Oder besser gesagt könnt ihr euch anschauen, wie der Multiplayer ist Und der Koop Modus Man kann den Koop Modus zu viert spielen Und Multiplayer kann man dann natürlich sowas wie Team Deathmatch spielen, Herrschaft und so Was man kennt aus anderen Spielen Und ich finde es wirklich richtig richtig gutes Spiel Es gibt auch noch ein anderes Transformers Spiel Das habe ich auch mal eine Stunde lang gezeigt The Rise of the Dark Spark Das ist auch ziemlich gut, aber Untergang von Cybertron ist noch eine ganze Ecke besser Ja, ich komme dann damit auch zum Ende von meinem Kommentar Ich hoffe wie immer, dass es euch gefallen hat Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Dörmchen nach oben da Schaut euch mal die Playlist an von dem Spiel Und dann wünsche ich euch weiterhin viel Spaß mit dem Rest vom Video Und wir sehen uns im nächsten Video wieder Bis bald, euer Monster Wir sehen uns beim nächsten Video Bis bald, weemorgen auf dem Spiel Das war's für heute. Es ist ein foolisher Decepticons. Das war's für heute. Die Zeit für die Velocität. Kupen Metroplex, ich habe ein Bild von der ersten Wurfkannung. Der Brich ahead ist aus. Ich werde dir helfen, Markus. Optimus, du bist die letzte Hoffnung. Optimus, hier! That warp cannon's too tough, Optimus! We can't make a dent in it! I'm still tapped into your targeting computers, Metroplex. If we re-sync, I can designate targets for you. Target synchronizing initiated. Everybody get down! Incoming Decepticon! Now that's how you make an entrance! Waste them all! No stencil.